Macht euch bereit für eine sensationelle Wendung in der Fußballwelt, die das FC Köln ordentlich durcheinander werbelt. Eine bombastische Nachricht steht kurz davor, die Sportlandschaft zu erschüttern und dreht sich um einen Spieler, der im Mittelpunkt des Geschehens steht. Er steht kurz davor, den FC Köln, zumindest auf Leihbasis, zu verlassen. Doch was könnte zu dieser überraschenden Entscheidung geführt haben? Welche möglichen Ziele könnten in Betracht gezogen werden? Bleibt dran, denn diese Geschichte wird euch von Anfang bis Ende fesseln. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, zu teilen und euch zu abonnieren, um keine Einzelheit dieser unglaublichen Wendung zu verpassen, die uns erwartet. Lasst uns loslegen! Wird Nikola Soldo der 10. Abgang beim FC Köln in diesem Sommer? Der Innenverteidiger trainierte am Mittwoch nicht mit der Mannschaft, fehlte aus zunächst unbekannten Gründen. Dann aber teilte der FC auf Geisblock Nachfrage mit, dass sich der Klub zeitnah zu dem Spieler äußern werde. Der Hintergrund ist einfach, Soldo soll sich in finalen Gesprächen mit einem deutschen Zweitliga-Klub befinden. Wie die Bild berichtet, handelt es sich dabei um den FC Kaiserslautern. Die Geisböcke würden dem 22-Jährigen keine Steine in den Weg liegen, weder für ein Leihgeschäft noch für einen festen Wechsel. Noch am Mittwoch will der FC vermelden, wohin es den Verteidiger zieht. Dann dürfte auch klar sein, dass die Geisböcke auf der Innenverteidiger-Position noch einmal nachliegen. Denn mit nur drei Spielern im Abwärtszentrum in die Saison zu gehen, wäre ein zu großes Risiko. Bleibt dran, um alle Details dieser aufsehenerregenden Wende beim 1. FC Köln zu erfahren. Vergesst nicht zu teilen, einen Daumen nach oben zu geben und euch zu abonnieren, um keine Aktualisierung zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, Leute! Vergesst nicht zu teilen, Leute!